Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Schwast 2 Randomizer Nuzlocke. Ja, auch gleichzeitig einen schönen Heiligabend, Weihnachten, whatever. Zumindest kommt dieses Video ja heute am 24. Dezember heraus. Ist natürlich die Frage, ob ihr das auch an diesem Tag seht oder nicht. Aber, falls ja, dann schönen Heiligabend oder schöne Weihnachten. Oder was auch immer ihr das seht. Ist ja jetzt auch Kammerwumpe. Ja, beim nächsten Mal sind wir hier in der Elektrolythöhle stehen geblieben. Und wollen uns hier noch weiter herumschnetzeln. Gegen die ganzen Trainer hier, die herumeiern. Wieso auch immer. Wie zum Beispiel die Käthe. Ja, ja. Die gute Käthe. Ein sehr interessanter Name. Nicht ganz sehr verbreitet. Denk ich mal. Ich kenne zumindest keine, die so heißt. Oh, ein Stalobor. Irrgh. Gibt das schon wieder Tote? Also, mit Sampivian will ich jetzt schon mal nicht drin bleiben. Okay, Octillery kann das aber ganz gut wegstecken. Ich glaube, selbst ein Schlitzer hätte wahrscheinlich auch, ähm, das Sampivian hätte selbst nur den Schlitzer überlebt. Aber, wenn da eine Buwenattacke gekommen wäre und wir es nicht One-Shotten hätten können, dann sähe das Ganze, glaube ich, nochmal ein bisschen anders da aus. Stalobor darf man halt wirklich nie unterschätzen. Das Tal kann übelböse reinhauen. Hat halt einen monströsen Angriff. Und ich glaube, es ist sogar relativ schnell. Also, es ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz auf Knack-Knack-Niveau oder so, aber... Um Angriff her könnte es sogar... Ich habe die Werte gerade nicht im Kopf, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dieses Monozyto hier jetzt erstmal Feuerschlag ins Gesicht bekommt und weggeklatscht wird. Genauso wie das kleine Molly Morba. Das hier, ähm... Ich weiß nicht, ob ihr die Spiele überhaupt kennt oder so. Poké Park 2 eine ganz wichtige Rolle gespielt hatte. Werd mir ein, ich habe die Spiele beidesamt... Also, ich habe beide Poké Park-Teile. Ja, moin. Ein Pandir, okay. Ich habe beide Poké Park-Spiele hier liegen. Beide auch gespielt und durchgespielt. Den ersten sogar mal zu 100%. Außer, dass ich jetzt nicht jedes einzelne Pumon da in dieser regenbogenfarbenen Flagge... als Freund hatte. Was ja die höchste Freundschaftsstufe dargestellt hatte. Das hatte ich nicht, aber schadet jedes Pumon dort als Freund. Und auch die Legis und die ganzen Pumon, die man da noch per Code bekommen konnte. Manche Spiele haben, ja, definitiv mehr sich an junge Leute orientiert, also gerichtet. Beim Pokémon wird ja allgemein immer mal so als Kinderspiel dargestellt. Wenn man sich dann aber mal so... Ja gut, gerade Pokémon Schwarz und Weiß ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Dies sind in meinen Augen... ...eigentlich die Games, die man am wenigsten einem Kind vorsetzen sollte. Unter den Pokémon Games. Einfach, weil es so viel Dialoge hier gibt und... ...Grollbarts, die Konfustahl einsetzen. Ja, das auch. Aber das haben wir in der ersten Channel, glaube ich, noch ein bisschen mehr. War, ja, von den Dialogen, von der Tiefe und von der Story und allem drumherum. Ich meine, vom Schwierigkeitsgrad her... ...ist jetzt, glaube ich, kein so großer Unterschied. In Anführungsstrichen... Ich finde durchaus, die 5. Gen ist eine der schwersten Pokémon-Spiele von allen. Zusammen mit der 4. Schon wieder diese blöden Rauchwolken, ey. Aber ansonsten... Ja... Sie sind auf jeden Fall nicht die leichtesten... Ich würde sogar wirklich davon sagen... Fünfte und vierte Gen sind die schwersten. Gerade Schwarz-Weiß 2 im Hürden-Modus. Da kommen noch einige härtere Stellen auf uns zu, wo ich mal gespannt bin... ...wie wir uns da schlagen werden. Ich hoffe, Milza, du wirst dieses Zebritz hier jetzt auch schlagen. Weh, du flinchst. Dankeschön. Und jetzt habe ich schon, wenn ich sehe, wie viel Schaden dieser... Okay. Gut. Ein Quid hätte uns rausgenommen und ein Funkensprung hätte auch ganz schön wehgetan, glaube ich. Also Milza, es wird Zeit, dass du dich mal entwickelst. Weil ich glaube, das ist erst auf Level 38 der Fall. Also von daher, da haben wir noch ein bisschen was hin. Ja, Poké Park 2. Also die Poké Park-Teile allgemein sind jetzt auch nicht die schwersten. Gerade der erste Teil ist eigentlich relativ einfach gewesen. Aber wie gesagt, es orientiert sich halt alles ein bisschen mehr an... ...Kinder, würde ich mal behaupten. Okay, ein Wanderer. Will ich da mit Milza drinbleiben? Ich werde auch nicht andauernd in der Octillery gehen, aber ich muss halt. Gegen Wanderer... Jetzt ist es mir doch lieber, mit dem Wasserpug mal reinzugehen. Das auch noch ein bisschen was aushalten kann. Das ist, glaube ich, doch die sichere Variante. Gegen den guten Jürgen. Ja. Oh nix. Ja, das hält physisch halt ganz schön was aus. Aber gerade im zweiten Teil, da hatten sie das Ganze dann... Also, es hatte immer noch diesen kleinen kindlichen Touch, klar. Also von den Stimmen da und all... ...war es durchaus... ...in dieser Richtung anzusiedeln. Was war durchaus... ...ein paar Aufgaben waren schon mal ein bisschen schwieriger. Und es war auch ein bisschen... ...finsterer. Ich glaube, da war es auch dann wieder der Fall. Irgendwie haben die es alles mit Darkrai, als Bösewicht. Na gut, irgendwo passt es ja. Darkrai ist das Albtraum-Pokémon. Weißt du, in dem Pokémon-Film, wo es mit Darkrai ging... ...gar nicht als Bösewicht dargestellt war. Also da war Darkrai eigentlich ein gutes. Wurde nur immer missverstanden, als das Böse-Pokémon. Gut, Mystery Dungeon haben sie es auch wieder als Bösewicht genommen. Aber, naja. Es passt halt. Geister-Pokémon und nicht-Pokémon. Hier kann man immer so gut als Böse darstellen. Oh, in der Umkampf. Ein-Rei-Um-Kampf. Noch Keimern, Bisburg. Und Caster-Dur. Wir haben Sampivians auch dabei. So, das war abzusehen. Eisenabwehr. Ja, na gut, mach du mal. Ich wechsle mal an Sampivian. Okay, er geht auf Rockkaiman, aber das sollten wir eigentlich One-Shotten. Jo. Caster-Dur. War klar, dass er wechselt. Geben wir das auch gewone-Shotted? Ah, fast. Okay, mit Sampivian kriegen wir das ganz gut gehandelt. Wunderbar. Unnecessary Wechsel. Das war jetzt nicht wirklich, äh, schlau. Und der Grid hat jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt gemattert. Aber egal. Wir haben es platt. Das ist alles, was zählt. Ja, äh, Poké Park. Akai war auch wieder ein Böse. Und da waren dann auch... ...so im Hintergrund... Oh, Ampelleuchte. Ähnlich meine Step-Käfer-Attacke. Ich glaube, dafür... ...hau mir den Psystrahl weg. Brauchen wir es nicht unbedingt. Sekrum und Reshiram hatten da auch noch eine gewisse Rolle gespielt. Waren auf jeden Fall ganz... ...coole Spiele, hatten vor allem eine coole Battle-Musik. Das muss ich sagen. Die Kampfmusik in dem Game war... ...wirklich super. Ach, warte mal. Wenn die einen 3-Umkampf hat... ...dann wird der da oben noch einen 3er-Kampf haben, oder? Geh mal mit den 3 in Reihen. Und wir versuchen mal unser Bestes. Und 3er-Kampf? Nein. Okay. Bin verblüfft. Laptarex. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Vor allem, wenn wir Van Pivian vorne haben. Äh, ich muss wieder in die Occellerie. Aber wenn der Akrobatik es wehtun kann. Agilität. Okay, das geht noch. Laptarex darf man nicht unterschätzen. Kommt die Akrobatik? Alter. Genau deshalb darf man sich unterschätzen. Das Teil hat einen monströsen Angriff. Und es tut ihm noch relativ schnell. Elektrik. Geh mal in Polygon. Wo ich immer nur hoffe, dass wir endlich mal das Upgrade dafür finden. Dass wir es entwickeln können. Ich will ein verdammtes Polygon 2. Ich nehme auch einen Polygon Z. So ist es nicht. Aber erstmal einen Polygon 2 haben. Und die Anne ist es Harry. Statik mal wieder. Hurra. Noctuary levelt uns davon. Das gefällt mir gar nicht. Weil ich das eigentlich auch noch in der Arena nutzen möchte. Wo Level Cap glaube ich 42 ist. Also ein bisschen haben wir da noch hin. Aber trotzdem. Ich will jetzt nicht zu weit nach vorne leveln. Ich weiß nicht, ob es hier noch Trainer gibt. Deshalb gehe ich erst nochmal zum Heilen. Bevor wir in der Panaero gehen. Was willst du noch? Zappladin. Ja, ist ein cooles Pokémon. Solange es eine Fähigkeit hat, ist es auch noch das einzige Pokémon ohne Schwäche. Solange es Gebrauch von Schwebe nutzen kann. Zappladin in der aktuellen Generation das einzige. Mon ohne Schwächen. Ah, schon wieder ein Wanderer. Und noch eine Ast-Trainerin. Auch hier wieder. Für den Fall, dass wir doch noch einen Dreierkampf haben. Die werden wir nochmal vorbereiten. Katarina mit dem Galapafloss. Kann ich da drin bleiben? Eigentlich nicht. Ron-Electro-Pokémon, ey. Was wechsle ich dann? Ich kann nicht schon wieder in Octavia gehen. Bleib mal drin. Und schau, wie viel Schal wir machen. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Nicht wirklich. Das dafür umso mehr. Gut, dann mal auf den Porygon. Mal hoffen, dass du noch ein bisschen mehr reißen kannst. Hä, das gibt schon wieder den Death-Trop. Ist doch nicht dein Ernst. Zwei mal hintereinander. Die müsste jetzt aber Magma haben, oder? Ja. War abzusehen. Da der andere eben ein... ...Electro-Tec hatte. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall raus. Ich glaube, ich wechsle ein Flampivion. Das sollte eigentlich eine Feuerattacke gut resisten können. Ja, da ist ja. Und die Dampfwalze. Gut. Ich habe mir auch das geschafft. Und Flampivion ist auch schon auf Level 38. Danke, Windows. Wie diese tolle Mitteilung, dass gerade irgendwas mit Antiviren war. Immer dieses Windows hier, ne? Ist ja schön, dass wir hier gerade nichts... ...dass Windows gerade nichts entdeckt hat. Aber das muss ich nicht während der Aufnahme erfahren. Hat er da noch einen Hyperheiler? Oh. Ja, hey, komm. Wir benutzen... ...das hier, wenn mal was draufgehen sollte. Oh, Moment. Geht ja gar nicht. Hat er doch einen Hyperheiler, oder nicht? Ja. Wusste ich doch. Meine Güte. So, und das dürfte jetzt der letzte Trainer sein. Komm, dass es schnell geht. Octillery. Oder so ähnlich. Stolunior. Stolunior. Schickt er ins... ...Gesch... ...Geschäft. Genau. Schickt er ins Geschäft. Dass momentan überall zu ist. Zumindest die meisten. Äh. Warum? Das ist AP-Stolen. Das geht hier nicht. Nicht. Wenigens hat es keine Robustheit. Was hat es da? Ein Steinhaupt? Oder sowas. Ne? Und dann das Geniet. Warum hat das jetzt Robustheit? Schlimm. Das Geniet hat leider den Nachteil, es ist langsam. Es ist sogar langsamer als Octillery und das heißt schon was. Und es ist nicht das Pokemon, das den meisten Damage drücken kann. Grüße. Grüße. Wie das Pekulente. Und dann sind wir endlich in Panda Ero City angekommen. Na geht doch. Mal Pokemon heilen und ich glaube das Geschwätz hier tun wir uns jetzt noch kurz an. Was jetzt noch kommen sollte. Ja. Professor Esche. Im ersten Teil war es ihr Vater. Hallo Sky. Endlich darf ich dich persönlich und nicht nur über den Visocaster. Ich stelle mich am besten mal vor. Gestatten. Esche mein Name. Und dann Team. Ihr habt es also inzwischen bis hierher geschafft. Danke, dass du meiner Bitte nachkommst und den Pokédex mit Daten fütterst. Und jetzt habe ich einen kleinen Überfall auf dich vor. Ich möchte nämlich deinen Pokédex bewerten. Und, und, das soll nur eine Abdeckung sein, weil ich eigentlich deine Pokemon klauen will. Und dein ganzes Geld. Her damit. So, so. Die Anzahl der Pokemon, die in deinem Pokédex als gesehen verzeichnet sind, beläuft dich also auf 127. Ja, das ist schon nice. Aber geht noch besser. Hier deshalb ein Meisterball. Der Meisterball ist der Ball der Balls. Mit ihm gelingt dir jeder Fang. Ganz gleich, um welches Pokemon es geht. War das nicht in der ersten Generation sogar so, dass man mit Bällen daneben werfen konnte? Muss ganz schön frustrierend sein, wenn das beim Meisterball passiert, oder? Falls es überhaupt geht. Keine Ahnung. Auf Reisen trifft man viele Pokemon. Lasst ihr auf keinen Fall den Fang des Jahrhunderts durch die Lappen gehen. In den letzten zwei Jahren haben viele Pokemon ihr Revier gewechselt. Das bietet einerseits zwar Stoff für neue Studien, aber andererseits beschert es mir auch reichlich Überstunden. Wo fährt sie? Wo fährt sie? Geraldine, hello. Oh, so ein Zufall, hallo Geraldine. Darf ich mir vorstellen, das ist Geraldine, die Arenaleiterin von Panayero City. Was heißt hier so ein Zufall? Sie haben mich da extra darum gebeten, sie mit dem Flugzeug nach Turin Drag City auf der anderen Seite des Wendelbergs zu fliegen. Sie sagen, zu Fuß käme man zur Seite nicht bis dorthin zu, äh, durch. Aha, Touché, aber ich muss dich so noch um etwas Geduld bitten. Es gibt da nämlich etwas, das ich vorher im Tumme des Himmels überprüfen möchte. Hattest du so lange auf mich? Bis demnächst, Guy. Und vergiss nicht, sei immer schön lieb zu deinem Pokémon. Ja, diese unbesorgte, ja fast schon kopflose Ader hat sie von ihrem Vater. Ich dachte, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber jetzt zu dir. Willst du gleich auf einen Arena-Kampfmobil vorbeischauen? Oder möchtest du lieber Erstprofessor Esche folgen und im Turm des Himmels den Nieren? Er ist beides recht, Hauptzahl. Ich bekomme am Ende einen Kampf gegen einen starken Trainer geboten. Natürlich. Aber das erst beim nächsten Mal. Und ich glaube, wir werden sowieso nicht direkt in die Arena gehen. Nee, nee, noch nicht. Das war es aber jetzt das erste Mal mit Pokémon Schwartz 2 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ lasst euch verlassen. Geht mit einer kleinen Bekündung, was euch gefallen hat und was nicht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn es dann wohl... Ja, Richtung Turm des Himmels geht. Und ein paar Pokémon fahren. Yay! Bis dahin. Ciao, ciao Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.